Ja, ich persönlich könnte nicht über Depressionen sprechen, weil ich habe keine Depressionen, ich weiß nicht, wie es ist und wenn er jetzt sagt, dass Depressionen halt dumm sind und bla bla bla, dann ist es ziemlich lustig. Hat die Frau hier drüben Schnupfen oder ist das eine Rauchwolke? Leute, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist das für ein Partikel? Ist das Schnupfen? Perspektiv an die ganze Sache rangehen und dann auch mal subjektiv und von meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Vielleicht ist es auch ein Gastfahrt von Mr. Dino aus, dass man wieder zu faul, aber naja, das seht ihr ja dann. Was sind Depressionen überhaupt? Depressionen ist eine Volkskrankheit. Im Laufe eines Jahres sind 8,2% der deutschen Bevölkerung daran erkrankt, 11% der Frauen und 5% der Männer. Weltweit leiden inzwischen ca. 350 Millionen Menschen an einer Depression. Die Probleme bei Depressionen sind einmal, dass es eine der meist unterschätzten Krankheiten und zu einer der schlimmsten ist. Dazu kommt, dass es vor Außenstehende sehr schwer zu erkennen ist, ob eine Person an Depressionen leidet. Und genau das macht diese Krankheit so gefährlich. Man wird zum Beispiel lustlos, hat keinen Antrieb mehr, man hat Schuldgefühle und fühlt sich wertlos. Und da dies meistens vor Außenstehende nicht zu erkennen ist, kann diesen Personen nicht geholfen werden. Weil die Personen entweder nicht zum Arzt gehen wollen, oder was viel häufiger der Fall ist, dass sie nicht mal merken, dass sie überhaupt was haben. Und was Depressionen verfolgen haben können, wissen wir, denke ich, alle. Was kann man gegen Depressionen tun? Natürlich sollte man halt sowas zum Arzt tun, aber wie eben schon gesagt, ist das alles nicht so einfach. Eigentlich sind während einer Depression nicht die Person selber, sondern das Umfeld, was das dagegen tun kann. Aber dafür müssen die zuerst mal davon wissen. Also kann ich nur als Tipp geben, sucht euch jemanden, sei es aus einem Freundeskreis oder der Familie, dem ihr vertraut, und redet mit ihm darüber. Und diese unterstützen euch dann im besten Fall. Aus eigener Erfahrung mit dem Thema kann ich nur sagen, dass es ziemlich hilft, mit Freunden darüber zu reden. Auch Internetfreunde. Und nein, damit meine ich keine Leute, die ihr seit zwei Wochen kennt und als Freunde bezeichnet. Denn genau das sind eben nicht eure Freunde. Oder wenn ihr bemerkt oder vermutet, dass jemand aus eurem Freundeskreis Depressionen haben könnte, geht mit ihm zum Arzt. Da der Person dort viel besser geholfen werden kann, sei es mit einer Therapie oder Antidepressiva. Kommen wir zur letzten Frage. Also ich muss gerade drüber lachen so, weil das ist so, äh, das sind so diese 0815 Standardsätze. Also ja, geht zum Arzt. Äh, äh, sagt zu euren Freunden, ja, ja, äh, 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 trinkt einen Schluck Wasser, dann, dann funktioniert, dann, dann, dann hilft das gegen Drogen, ja. Aber, äh, ja, ja, das ist, das sind genau die, die Sätze, die jemand, der Depressionen hat, unbedingt, äh, hören möchte. Ja, äh, sprecht mit Freunden drüber. Äh, das, was eure Angst ist, umgegänzt. So, so, äh, anderen das sagen, so. Also ja, treff, treff, äh, äh, sag, sag Freunden und geht zum Arzt. Und geht zum Arzt. Und geht zum Arzt. Schwierig. Bevor es ins Subjektive übergeht. Wie bekommt man Depressionen? Entscheidend für das Auftreten einer Depression ist beispielsweise die genetische Veranlagung. Oft wird eine Person auch durch Stress, Sorgen oder Alkohol herbeigeführt. Ich denke, jetzt sind alle einigermaßen gut informiert. Kommen wir jetzt zu dem Grund, wieso ich dieses Video überhaupt mache. Und zwar sind mir in der letzten Zeit immer wieder Leute im Internet aufgefallen, die Depressionen zu ihrem Gunsten nutzen. Das heißt, um sich in die Opferhäule zu stellen, Aufmerksamkeit zu bekommen oder um sich vor Kritik zu schützen. Ich werde hier keinen Namen nennen. Ich... Denkt euch einfach... Ich werde hier keinen Namen nennen. Denkt euch einfach euren Teil. Okay, ja, ähm, ja, also die Depressionen zum, zu, zu... Ja, äh, die Depressionen auszunutzen. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist auf jeden Fall lost. Ja, das ist auch wieder so eine Aussage, die, die checke ich auch zu null Prozent, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Depressionen ist wirklich was Schlimmes. Und ich glaube im Internet, äh, weiß ich nicht, ob es jemand gemacht hat, dass, dass er die Depressionen ausnutzt. Also mittlerweile im Internet gibt es alles wahrscheinlich und auf YouTube gibt es auch alles. Da gibt es bestimmt Menschen, die nutzen sowas aus. Aber es geht jetzt mal nicht davon aus, dass bekannte deutsche YouTuber unbedingt diese Depressionen krass missbraucht haben, ja. Ja, ich denke, dass es einfach nur lost, was er hier labert und er weiß, denke ich, selber nicht, was eine Depression ist. Und deswegen kann er auch nicht wirklich davon reden. Schwierig. Schwierige Aussagen, muss ich wirklich sagen. Wenn die Politik umgehen kann, benutzt man sowas, um sich davor zu schützen. Und genau solche Menschen sind schuld daran, dass diese Krankheit so unterschätzt wird. Es im Internet ja dann jeder Zweite hat. Behauptet am besten gar nicht, dass ihr depressiv seid, wenn ihr es nicht vom Arzt diagnostiziert bekommen habt. Also, du hast übrigens keine Depressionen, wenn der Arzt das nicht gesagt hat. Alter, du Scheiße. Junge, was sind das hier Aussagen? Holy Shit. Junge, was sind das gerade eben für Aussagen? Also, du hast übrigens keine Depressionen, wenn der Arzt das nicht diagnostiziert hat. Ja, Bruder, genau, das ist, das ist genau, so sollte man über diese Krankheit reden, ja. Ja, also ich, also ich muss erst mal sagen, das, was ich bis jetzt angeguckt habe von Cluter, also ich habe mir bisher den Kanal erinnert und nie angeguckt, die Aussagen, die hier getroffen werden, sind extrem schwierig und ich kann dann gerne deine Meinung auf jeden Fall verstehen. Beziehungsweise, ähm, du redest ja noch weiter darüber, über dieses Video wahrscheinlich. Ähm, es ist nicht nur, dass es nicht nur schwierige Aussagen ist, sondern einfach nur unfassbar dumme Aussagen. ... keine Depressionen, nur wenn ihr euch drei bis vier Tage schlecht fühlt. Ich frage mich bei solchen Menschen einfach nur, ob es ihnen absolut egal ist, wie unmoralisch sie sind. Sei es eine sexuelle... Das sagt er doch gar nicht. Klar hat er das gerade eben gesagt, Bruder, darum geht es ja gerade. ... jeder Zweite hat. Behauptet am besten gar nicht, dass ihr depressiv seid, wenn ihr es nicht vom Arzt diagnostiziert bekommen habt. Hast du es gehört? Behauptet jetzt gar nicht erst, dass ihr depressiv seid, wenn ihr es nicht vom Arzt geht. Hier, Achtung, nochmal. ... genau solche Menschen sind schuld daran, dass diese Krankheit so unterschätzt wird. Es im Internet ja dann jeder Zweite hat. Behauptet am besten gar nicht, dass ihr depressiv seid, wenn ihr es nicht vom Arzt diagnostiziert bekommen habt. Ein kleiner menschlich Breakdown ist zum Beispiel noch lange keine Depression. Genauso wie wenn ihr euch drei bis vier Tage schlecht fühlt. Ich frage mich bei solchen Menschen einfach nur, ob es ihnen absolut egal ist. Junge, das werden doch die Leute wissen. Also erstmal, er kann erstmal gar nichts sagen. ... darüber, weil er weiß auch gar nicht, wie die Leute überhaupt ticken. Ob die im Hintergrund schon seit Jahren mit Depressionen zu kämpfen haben oder nicht. Ja, aber was ist das für eine Scheiße? Also ich meine, ich werde niemals über so eine Krankheit, ne? Ich habe damals auch mal, oder auch schon des Öfteren betont, dass ich nicht weiß, wie man depressiv sein kann. Ja, aber ich glaube jeder, der dann irgendwann mal in das Alter kommt und sich Gedanken macht über gewisse Dinge und vielleicht mal eine Zeit lang nur Negatives erfährt. Ich glaube, der weiß dann, wie das ist. Ja, also ich persönlich hatte noch nie Depressionen, aber ich gehe da, oder ich stelle es mir halt schlimm vor. Und ich glaube jeder, der mal halt eben so einen Mental Breakdown hat oder hatte, der weiß ungefähr, wie das ist. Ja, und, beziehungsweise wie das sein könnte. Und wenn du das halt dauerhaft hättest, dann redet man wirklich von einer Depression, die halt wirklich nicht nur belastend sein kann, sondern auch sehr gefährlich werden kann. ... wie unmoralisch sie sind. Sei es eine Sexualität, eine Krankheit, eine Depression. Also ich kann gar nicht, so krass viel kann ich gar nicht sagen, weil ich persönlich war nie depressiv, bin nicht depressiv. Ich würde aber so eine Krankheit nicht, ja, so harmlos darstellen, wie er das macht. Oder stumm zu sein, auszunutzen. Genau deswegen kann man im Internet bei so einem Thema niemandem etwas glauben und muss immer alles tausendmal hinterfragen. Danke, ihr macht die Welt echt zu einem besseren Ort mit euren Fake-Depressionen und das nur, um euren eigenen Arsch vor Kritik zu schützen. Und dann genau von solchen Leuten hört man auch noch so Aussagen wie Ich helfe Menschen, wo ich nur kann, ich bin mir selber egal. Also sorry, nein, das sind ja die absoluten Egoisten. Sie nutzen Sexualitäten, Krankheiten und so weiter dafür aus, Mitleid zu kassieren. Oder um sich vor ernsthafter Kritik zu schützen. Denkt einfach mal darüber nach, ob es euch das wert ist. Zum Schluss wollte ich nochmal ganz kurz zu meinen eigenen Erfahrungen etwas sagen. Ich werde aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Bei mir streckte sich die Depression über drei bis vier Monate und das sogar über meinen Geburtstag. Ich wurde lustlos, hatte keinen Antrieb, wurde schnell emotional, war wie in seiner eigenen Bubble gefangen. Sogar an meinem eigenen Geburtstag hatte ich auf nichts Lust. Ich bin nicht zur Schule gegangen, ich habe meistens den ganzen Tag nur im Bett verbracht. Ich weiß auch, durch was das Ganze ausgelöst wurde, aber das werde ich hier nicht thematisieren. Bei mir ist die Depression, wie gesagt, nach vier Monaten weg gewesen, wo mir gute Freunde sehr geholfen haben. Sei es mit irgendwelchen guten Internetfreunden nachts einen Deep Talk zu führen oder allgemein offen mit ihnen zu reden. Das kann ich eigentlich immer nur empfehlen. Aber erzählt auch nicht jedem davon. Und das geht vor allem an die Leute, die jeden, den sie seit drei Tagen kennen, als Freund bezeichnen. Die Leute sind, wie am Anfang schon gesagt, nicht eure Freunde. Und es gibt ja Leute, die sowas am Ende ausnutzen, um euch zu schaden. Also erzählt es Leuten, denen ihr 100% vertrauen könnt. Jetzt im Nachhinein kann ich nur sagen, dass mich das Ganze damals sehr verändert hat. Sei es meine Einstellung gegenüber vielen Menschen, die Verschlossenheit und auch allgemeine Verhaltensweisen. Viele dieser Änderungen waren wichtig und ich würde schon sagen, dass es eine wichtige Phase meines Lebens war. Weil hier gibt es eigentlich nichts zu zu sagen. Sucht euch einmal einen Ansprechpartner, dem ihr vertrauen könnt, wenn es euch nicht gut geht. Und habt nicht einmal Angst, dass ihr jemanden damit nervt. Eure echten Freunde sollten dafür etwas Zeit haben. Ja, also sorry, aber hey, muss ich sagen, stimme ich nur überein. Und ich finde das Video relativ lost in der Hinsicht, weil da einfach Aussagen drin sind, die ich persönlich schon für schwierig halte. Auch wenn natürlich manche jetzt vielleicht wieder ihm zustimmen, manche stimmen nicht zu. Keine Ahnung. Ich persönlich finde einfach, dass eine Depression und ich glaube, das hat vorhin Patrick extrem gut beschrieben. So wie ich das auch erklärt hätte, beziehungsweise besser kann man es fast gar nicht sagen. Patrick hat geschrieben, du kannst doch Depressionen nicht mit Krebs vergleichen. Depressionen sind was Psychisches und Krebs ist, was man zu 100% nachweisen kann. Da ist es physisch eben. Das sind halt Dinge, die kannst du nicht zu 100% einordnen. Du kannst aber Symptome finden, sage ich mal. Du guckst ja auch, wenn du ein Krankheitsbild hast oder so, dann guckst du ja auch nach Symptomen, um deine Krankheit festzustellen. Ja, was du höchstwahrscheinlich hast. Und bei Depressionen wird es das wahrscheinlich auch geben. Es gibt genug Leute, die danach gucken und dann sehen, ah, ist wahrscheinlich sogar eine Depression. Und vor allem, das kriegst du ja auch selber mit, wie es dir dann geht. Wie gesagt, ich möchte mich gar nicht zu krass da reinhängen. Ich finde es schon schwierig. Wie gesagt, ich möchte mich gar nicht zu krass, wenn du 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 nicht zu krass. Vielen Dank.